Ja, hier sind wir zu Hause. Hier, wo viele Leute kommen und Ferien machen, dürfen wir leben. Wir haben hier eine Vielfalt an Landschaften, an kulturellen Aktivitäten, aber auch eine riesige Vielfalt an Menschen. Menschen, die hier leben, die das Dorf und die Ferienregion entprägen. Wir sind alle Menschen, die daran glauben, dass mein Leukerbad eine gute Sache ist, dass wir so weiter an unsere Zukunft glauben können und auch aktiv etwas für unsere Zukunft machen. Wir leben zwar in unserer Vergangenheit, aus dem, was passiert ist, wir leben aber auch in einer Gegenwart und wir leben für eine gemeinsame Zukunft. Und gemeinsam ist genau das Stichwort, das wir in einer Zukunft anstreben müssen. Brücken bieten, zwischendurch, zueinander und vor allem miteinander. Jetzt interessiert mich, was der Tötzler Jürgen in einer Videobotschaft euch würde sagen.